Chorizu! Hallo mein Großer, komm mal hier. Oha, noo, nicht ins Gesicht. Komm, es wird dunkel. Okay. Dann los. Auf zum nächsten. Nächste Basis. Warte mal, da ist noch Benzinos. Sollen wir hier so'n Tracker nehmen? Ich glaub, den kann man gar nicht mit zwei Mann fahren. Ah, warte mal. Aua, was war das? Oh, der arme Hund. So, los geht's. 700 Meter. Warum schießen sie? Weil da noch diese gelben Dinger sind. Dahin ist auch noch ein Plakat, seh' ich von hier aus. Aber... Stopp, wir müssen über die Brücke. Wir brauchen ein Auto. Kann ich mich nicht ans liefern lassen hier, Mann? Hier ist noch irgendwo so'n Ausflug. Ah, hier rechts ist noch ein Plakat. Warte mal, was ist denn hier hier? Ich guck mal. Ich kümmere mich mal eben um das Plakat. Ich quatsch mal mit ihr. Wenn's geht. Ich kann mich ja nicht reden, warum... Oh, was hast du auch? Offensichtlich, wer sich die Kanzlerin Senja Sayers mit ihr treffen. Du hast dir hier echt einen Namen gemacht. Nö, kann man nicht. So'n Plakat, was nicht kaputt macht weiß oder was? Nö. Ich guck mal wieder zu ihnen. Ja, wär ganz gut. So, bin da. Dann war los, weiter. Wir werden den Auftrag erfüllen. Jawohl. Guck mal, der Schirizo. Der ist ja ja. Der ist der Stoff, ey. Kommst du gar nicht mehr hinterher. Tankchen hier. Arschloch, bleib stehen. Der ist kaputt. Na komm, weiter. Kommt einer. Wo? Auf der Straße. Okay, der tut nichts mehr. Hör mal, die ist aber ganz schön laut, ne? Meiner? Ja. Mach da mal einen Schally drauf. Den kann ich nicht. Das ist eine Spezialwaffe. Da kommt ein Reiter von hinten. Na, kümmere dich mal um den. Verstanden. Oh. Ich glaub, das war ein Zivilist, kann das sein. Das ist ein Zivilist, ja. Warte mal, der hat hier was. Warte mal, der hat hier was. Äh, Schnaute. Der hat hier irgendwas. Hey! 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 Was ist denn mit dem LKW hier? Können wir fahren, ja. Da wird mir irgendwas angezeigt. Hier, in dem LKW. Ach so, im LKW? Ach so, im LKW? Das ist mit der Medizin. Oh, der... Der rollt! Alter! Bleib stehen! Junge! 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 Bleib stehen! Junge! Junge! Junge, bleib stehen! Nicht ins Wasser! Nein! 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 Was macht der? Wo will der hin? Junge! Wo will der denn hin, ey? Junge! Junge! Warte mal wieder raus! Oh! Den müssen wir haben! Schnell! Ramdi! Ramdi! Jawoll! Haben wir! Sehr schön! Aber hier war noch mal drin für mich! Ich muss hier noch mal raus! Ich repariere den mal! Is repariert! Jawoll! Kann ich hier auch noch was rausholen? So! 30 mal Metall haben wir jetzt gekriegt! Okay! Da! Aber jetzt lasst uns endlich den Auftrag machen, den wir machen sollen! Da kommen noch so welche! Heißt ein Taxi! Lass fahren! Okay! Sind sie bereit? Ja! Wo sind sie denn? Hinter ihm! Was hat der drin? Nix! 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 Jetzt los! Endlich! Mann! Jawohl! Jetzt werden wir ja nie fertig! Wann sehr schön ruhig zu schwimmen! Stimmt! Für dunkel! Ja! Umso besser! In Yara! Was sind das hier für Blätter? Kann man die essen oder was? Das sind Tabakblätter! Achso! Normale Tabakblätter! Achso! Dann machen die Zigarren noch mit! Naja! Oh warte mal! Hier ist ein roter Punkt mit Ausrufungszeichen! Da ist... Warte mal! Ich guck mir das mal eben an! Den holen wir uns! Geiseln! Zwei Stück! Warte! Ich nehm mir den vor! Einen sauberen Schuss! Und tot! Oh! Schön! Befrei mal hier! Danke! Vielen Dank! Sehr gerne! Gerne! Vielen gerne! Okay! So los geht's! Weiter! 150 Meter! Wieder einen Höhenpunkt und alles auskundschaften! Ja! Wenn wir da oben auf das Ding raufkommen wäre gut! Wir können aber auch... Da unten ist ne Öffnung oder? Ja hier ist ne Öffnung! Ja hier rein! Und dann? Auf den Turm? Oh! Scheiße! Mach den Platz! Okay! Keiner gemerkt! Geh mal auf den Turm! Wo kommt der Glocko auf einmal her? Dahinten ist ein Alarm, glaub ich! Da oben auf dem Turm ist einer! War nicht auf dem Wasserturm, ne? Nee, da hab ich noch keinen gesehen, aber dahinten auf dem Turm ist einer! Ich geh da mal hinten auf dem Wasserturm! Ich bin schon da oben! Die haben Hunde hier! Ja, aber die können nicht die Leiter hochklettern! Oh! Man sieht noch! Oh dann! Da ist jemand! Da ist Hund! Komm, Attacke! Oh! Das hört sich nicht gut an, Herr Hobson! Warten Sie mal bitte! Warten Sie bitte! Scheiß, aber die Knalle ist leer! Ich muss erst den Alarm ausschalten! Ich muss erst den Alarm ausschalten! Dafür brauche ich aber ein anderes Scharfschützengewehr! Nimm ich eins mit Scheiben! Wer ist frei? Jetzt ist ein Schalli drauf! Scheiße! Nicht gut! Gar nicht gut! Tot! Scharfschützengewehr! 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 Du bist tot? Scharfschützengewehr! 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 Ja? Ja? Könnt ihr nicht ausschalten. Okay. So schießt ja alles. Scheiße. Jawohl. Oh, Schorizo! Oh, was mit Schorizo? Ah! Schorizo! Oh Mann. Ja, ich helf dir. Komm, ist ja gut. So, alles klar gemacht hier. Okay. Aber einer ist hier noch. Ich muss noch einen Hund abknallen. Warum schreiben wir nicht einfach Nachrichten? Oder soll ich den im Käfig lassen? Ich lasse den im Käfig. Ja, aber dann ist da noch ein Gegner hier drin. Ja, auch schlecht. Also töten. Ja, das ist das Problem. Da kommen welche Vorsichten Reiter. Pass auf! Ich muss den Köter platt machen, dann tut mir so leid. Aua! Okay, Reiter ist tot. Hol die Sau tot. Okay. Das tat mir jetzt so leid. Ich hab den jetzt abgeschlachtet. So, zweiter Behälter kaputt. Keine Güte geht das hier ab. Ähm, wie kann ich den Dings schmeißen? Weil der Alarm, der wird mir noch angezeigt als rot. Ja, da musst du mit F dann da drauf knallen. Also mit dem Säbel. Ne. Weiß ich auch nicht. Ach, hier ist ne Kamera. Ja. Ja, Arschlecken. Was denn hier mit dem Pferd los? Kommst du denn her jetzt hier? Ist hier noch irgendwas zum Einsammer. Die zweite haben wir jetzt auf jeden Fall auch platt gemacht. Okay, verstanden. Hier sind noch paar rote Dinger, die ich platt machen möchte. Ja, hier ist noch ein Tracker oder irgendwas. Komm da weg. Komm mal her. Ja, na klar. Ja, dir geht's gut, ne? Hier ist aber zum Lesen. Hier geh'n am meisten Armen bei Kontakt. Ah, ja, ja, ja. Was machst du denn da? Ja, ich hab' versucht da drauf zu schießen, aber es hat nicht funktioniert. Hier ist noch irgendwie so'n Vieh. Auch ein Pferd ist das. Ja, einen haben wir noch. Oh, 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 oh. Oha. Scheiß Gift hier überall, ey. Krieg' ja husten. Und dann kann man hier gar nicht ausmachen hier? Nee, irgendwie will der nicht mehr. So. Einen haben wir noch. Ja. Hier ist noch was zu lesen. Echt? Hier ist noch was zum Einsammeln. Da ist noch ne Kiste. Hier ist auch noch ne Kiste, genau. Medizin. Und... Wo ist was zum Lesen? Hier. Da ist ja noch einer drin in der Karre. Ey. Jo. Ach, der gehört zu uns. Dachte ich schon. Wo war's? Wo, wo, äh, äh, ja egal. Ich hab' hier noch zwei Kisten, die mir angezeigt werden. Einmal das hier. Und einmal das hier. Und da ist noch was. Irgendwo ist hier noch was. Ah! Hier ist noch Gefahr! Gefahr? Mir fliegt ne Granate. Oh. Cool. Ach, hier ist noch was. Das Pferd wird mir hinten angezeigt. Achso, das ist wahrscheinlich ein Reiter. Reiter. So, dann gucken wir mal auf ne Karte. Aber noch... Ne, das ist der andere, ne? Der ist der andere. Mit der Flugabwehr. So, wir müssen jetzt da hinten hin. Ja. In 400. Und dann werden wir es auch noch schnell markieren. Ja. Sollen wir den Wagen hier nehmen, oder? Ja, natürlich. Du willst doch wohl nicht laufen wollen. Ich repariere den Wagen. Repariere? Soll ich dann fahren? Ja. Kriegen wir da Tor denn auf, hier? Und ich stell mich ans Geschütz. Kriegen wir da Tor denn auf? Jetzt sei denn, du schießt dann auf. Ne, du brauchst halt nur durchfahren, glaub ich. Wushurizu? Der läuft hier rum. Dann mal go! Da wird irgendeiner angezeigt. Vor allem mal. Alles egal, fahr einfach durch. Ah, ich seh ihn! Hast du ihn erledigt? Ne. Jetzt haben wir erledigt. Ich sollte lieber linken. Sitz mal tauschen. Ah! Einmal nach links, dann ging's! Ein rotes Pferd! Ja. Okay. Warte mal, hier ist ein Ausrufungszeichen. Ja, der ist ein Böser. Jetzt stellst du dich so hin, dass ich den nicht treffen kann. Hilf mir! Grazie, grazie. Ah, grazie. Viva libertad! 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 Was ist denn hier los? Warte mal, hier haben wir doch erst abgefackelt. Nee, haben wir noch nicht, ne? Genau, das müssen wir eigentlich auch machen Wie kann das denn sein, dass wir das nicht abgefaschelt haben? Ah, jetzt haben wir auch wieder Brandy hier Aua Aua, 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 Aua Hm? Na, ich sehe das Feuer nicht, tut mir leid Ich auch nicht, ich sehe das nur, dass die jetzt bei mir aus dem Dienst rauskommt Ja, aber ich sehe nicht, dass das Gitten und der Weg brennt Ich sehe dann, wenn sie schwarz sind, ja, aber wäre auch nicht Ich glaube, das ist ein Bug Ja, ein Bug Roger Okay, wir machen jetzt auch wieder Bug Rogers wieder zu dem Einsatz, den wir machen können Ja, Schorizo, komm So Weiter Da unten ist es 150 Meter, das ist das Gebiet? Okay Ähm, nicht so nah ran Ich weiß nicht, wie die Schatten je... Aua, das war nicht gut Hm auf dem turm ist einer bestimmte ja ganz schnell mit einem gezielten schuss mit einem gezielten schuss ein gezielter schuss und rein hier da ist noch jemand ja jetzt ist nicht mehr mit leise wollen wir mal da rein wappel ist am boden scheiße ich habe jetzt drei männer können hier nämlich angreifen ja ich bin schon dran ich hole guapo zurück links von uns ja ach du scheiße miri wo rennst du hin ich mache unsere ziele kaputt bin wir hinter dem gebäude da kann ich auf die dinger schießen aua 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 oder auch nicht so warte mal warte mal warte mal so die luchtunterstützung ist mit meinem extremo weg ich werde hier angegriffen ja ich merke das gerade irgendwas ist hier ich möchte mal irgendwo eine flag oder ein geschützt oder irgendwas ach du hast sowas kannst du auf den auf das flugzeug schießen nach oben da habe ich versucht geschafft ein einsatz leute wollte man da hinten liegt auch jemand hier ist noch einer aber wir müssen die sprühe flugzeuge auch kann allerdings aber wir müssen auch die leute hier platt machen alter du kriegst jetzt von mir was du brauchst du kriegst von mir was du brauchst das flugzeug aber aber rang aufstieg nächstes flugzeug geht hoch ich zeig dir gleich mal wer hoch geht und letzte flugzeug hier ist aber noch jemand da ist noch jemand da hinten kommt noch einer links von dir lang aufstieg neue waffen und ausrüstung sind verfügbar warum blinkt das flugzeug achso aber hier war doch noch eine luftabwehr ne in der nähe ja hier ist aber noch was hier ist noch irgendwo uran uran ja das bietet auf der karte auf der mini karte hier ist die luftabwehr die müssen wir auch noch ausschalten ja moment das machen wir stopp ja und zwar jetzt ah oh hat nicht geklappt dann müssen wir mal gucken ob wir die irgendwie anders ausschalten können nein die können wir gar nicht hier ausschalten hier ist eine karte die sammle ich mal ein da ist das uran wovon redest du verdammt ich bin sicher du hast etwas ich kann dich das ausschalten hier ich weiß noch nicht wahrscheinlich nur draufknallen oder was oh was oh da hinten ist nicht einer ja bestimmt der schorizo komm mal her mit deinem supremo ich kann mit meinem supremo nix der ist nicht nachgeladen aber der schorizo den hole ich dir mal jetzt hier können wir hier nicht liegen lassen den kleinen ne das stimmt oder irgendwas oh guck mal her zurück zu so alles gut komm mit ich guck mal ob man da irgendwie was ausschalten kann hier mal drauf schießen nutzt nix oh warte mal hier ist irgendwie einer guapo ich würde es gerne ausschalten aber es geht nicht kaputt ja gleich mal ein supremo aufgeladen vielleicht reicht das dann schon das will ich hoffen ich auch ich auch herr höchsten wenn wir schon einmal dabei sind weil das war wohl irgendwie falsch gezielt oder was ist es in einem panzer faust haben das wäre ja mal was maßnahmen mäßiges ja so ein panzer faustchen wäre nicht schlecht oder wenn sie lange Zeit von vorne ihr muss kommt da flugzeug wir müssen die flugabwehr ausschalten ja müsste aber auch so gehen der zeigt mir aber nichts an dass da irgendwie ein stärke dingens ist ja irgendwie müssen wir das hier ausschalten können tja ne da kannst du überhaupt nicht das gepanzerte Ziel ne wie willst du das ausschalten ne aber das muss kaputt gemacht werden ja ja auf jeden fall ich könnte ich könnte nicht im moment warten dann geht das kann nur guapo ne ja ich warte wir müssen die scheiße die unbedingt ausschalten auf jeden fall mit dem panzer war dann ein schuss ja da kommt wieder ein flugzeug ja ja ich hab ne idee was denn was ist das denn hier ist das licht ach schade ich hab jetzt ich gedacht hier wär hier wär mörser oder so aber ist nicht warte mal wir haben doch wir sind doch mit dem fahrzeug hier reingekommen oder warte mal hier ist doch ein fahrzeug ich guck mal eben ja da muss aber hier hinkommen ja mach ich dann warte mal ich hab hier unseren wagen noch ok und der hat da hinten geschützt drauf genau komm mal schnell her mit dem auto ja ich bin dabei dann können wir ein flugzeug vom jimmel holen ja oh oh fuck ich muss erstmal hier weg kommen so bin da ja hoxen kommen sie mal her bleiben sie mal stehen und wir haben sie geschützt ich repariere mal ja und dann gehe ich ganz geschützt ja ah ah fräuleinchen so wo ist das geschützt äh ich könnte meinen Supremo nutzen ja ich glaub das wär wohl eher die Möglichkeit mach jawoll sehr gut sauber alles geschafft yes ja wo müssen wir aber hier ist immer noch äh fremder bereich ne oder ja unbefugtes betreten immer noch was ist das denn ach da sind noch kameras kann das sein ja das ist möglich ja ja dann machen wir die mal eben weg wie sehen die eigentlich aus ja kommen sie mit ich zeichne die hä hä ich finde sie alle ach da steht einer alter keine munition ich könnte munition gebrauchen mein freund so kommen sie mal ich zeige dir mal die kameras ja wo waren die denn die wunderbar dahinten sind die 180 meter habe ich hier eine ja schalte ich immer ganz schnell aus das ist noch jemand aber ist wahrscheinlich die kamera die uns sieht ja ja aua wo kommt der her oben vom turm da ist keiner ein sniper da hinten ist einer mach dir mal weg ich mach mal die kamera aus ich guck mir jetzt die kamera mal an ja dann kommen sie mal mit wie soll die an dem turm sein seh ich die ja die hängt da oben die hängt wohl innerhalb hier rüber ich geh da mal hoch ich guck mir das auch mal an dann kommen sie mal her ja wo ist sie wo ist sie wo ist sie die kiste hier hä oh hier kommt äh konvoi ich hab leider keine munition mehr da schießt jemand auf jurid zu wo ist sie die scheiß kamera jetzt nicht mehr wo wolle ich denn die kamera wird jetzt nicht mehr angezeigt komisch alter wer ist bist du denn hast du nicht auf meinen guapo hier bist du doof wie kann man sich denn heilen normalerweise mit y macht aber nicht da habe ich dafür keine klarinah unter guck mal hier sind noch zwei kameras angezeigt da ist eine drei kameras sogar noch echt ja und hier die felder sind auch noch alle voll hier muss noch einer im feld sein oder ist das der lkw hier ach du scheiße ey da drüben bestätigen sichtskontakt ok also ich verstehe das hier ok ich höre zwar den bug dass die dinger brennen ja aber ich sehe das feuer auch hier ist eine richtige plantage noch ne so hier soll eine kamera sein wo soll die denn sein da muss man ja sehen irgendwie ne da oben ist noch jemand ach ja da oben der ist oben auf dem wasserturm ja der ist schon tot der eine ist tot jetzt habe ich ihn ach ne das ist keine kamera da sind die diese diese fnd kisten ach so ok da gibt es material verstehe ich gehe mal auf den turm kann sein dass er ein bisschen muni mun für mich hat ja ich habe auch keine mun mehr da ist nur ein scharfschütze gewesen aber vielleicht habe ich von oben noch eine übersicht da sind noch mehr fnd kisten garantiert hier ist noch ein wenig ein paar pfeile so ich mache mal die nächste kiste markier die mal die ist hier einfach bei ihm da kotzt mich das hier angekommen ist die ich habe jetzt kann die falsche waffe gezogen ja die hatte nämlich kein schalte kann keine muni so fnd kiste ich mache auf ja ganz was haben sie gekriegt hier ist noch ein behälter ich brauche moni aua dankeschön ach sowas auch hier nö was auch hier dankeschön na gerne da ist noch was rotes hier scheiß flugzeug ja ah ich kräftere mich da müsste mal ein baller 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 haben ja wir müssen zum auto zurück mit dem geschütz sonst wittert nix ja warte ich guck mal hier ist noch ein ich kann ja mal versuchen ihn noch zu holen da wollen sie zum auto zurück hier sind überall noch pflanzen ja treffe den nicht ja 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 jawoll ich dachte der stirbt ja ich treffe den so nicht mit dem auto nicht ich bin doch gar nicht im auto ach so ich dachte du wärst doch zurückgegangen ja wie soll ich denn treffen wenn der hier ist so warten sie ich bin mir recht bei dem ich treffe den nicht Kiste? Scheiße man, ich kräfte den nicht. Ja, ist doof. Müsste mal einen Wagen haben, ne? Ein Euro tun, dann hätten wir es. Ja, aber wir gucken mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.